Ich möchte euch heute mit einem Programm bekannt machen, das zur Wiederholung und zum auswendig lernen des Koran sehr effizient sein kann. Besonders wenn man keinen Partner findet, dem man den Koran vortragen kann, bei der Wiederholung etwa, da ist es besonders wichtig, es ist eigentlich sehr wichtig, dass man das auswendig Gelernte nicht sich selbst vorträgt, sondern jemand anderem. Denn wenn man sich das auswendig Gelernte selber vorträgt, kommt es oft vor, dass man unbewusst abguckt, wenn man mal stottert oder hängt. Dann wirft man einen kleinen kurzen Blick auf das Blatt, nimmt natürlich auch mehr mit als das, was man eigentlich anschauen wollte. Aber irgendwie denkt man hinterher immer noch, man hätte es gekonnt und das kann natürlich dann, das ist trügerisch, denn wenn er das dann mal ganz ohne Hilfe vortragen will oder abrufen möchte, merkt er, dass es auf einmal nicht klappt. Nun hat aber nicht jeder jemanden, dem er etwas vortragen kann, besonders im Koran, da auch die Menschen heutzutage besonders in ihrer Zeit sehr eingeschränkt sind. Dafür gibt es aber eine Lösung, ein sehr effizientes Programm. Das ist wenig bekannt. Es nennt sich Ayat. Ihr könnt es hier auf dem Display sehen. Also zu einem hat es die ganz normale Funktion, den Koran einzublenden, den Koran abzuspielen. Auch Übersetzungen kann es einblenden. Aber die viel wichtigere und nützlichere Funktion, mit der sich dieses Programm auszeichnet, ist folgendes. Hier gibt es einen Modus, der nennt sich hier im Arabischen Tamrinul-Hibd. Tamrinul-Hibd, das heißt, dass den Hibd, also das Memorierte vom Koran auf die Probe stellen oder üben. Das Interessante ist, man kann hier zum Beispiel einen Bereich aussuchen, den man üben möchte oder eine einzelne Sura. Nehmen wir mal hier eine kleine Sura, zum Beispiel die Sura al-Ikhlas. Jetzt nehme ich eine größere, damit man eine bestimmte Funktion auch sehen kann. Nehmen wir zum Beispiel die Sura al-Buruj. Das Programm könnt ihr auch auf Englisch einstellen. Ich habe es jetzt hier auf Arabisch. Hier steht zu Al-Jadid eine neue Frage. Nun bringt ihr dich zu der Sura. Ihr seht, die Sura al-Buruj. Und es werden zufällig gewisse Verse in der Sura aufgedeckt, wie hier der Fall. Ein Vers ist schon mal aufgedeckt. Man kann ihn aber wieder ausblenden, wenn man möchte. Das Interessante ist jetzt, du hast die ganze Sura vor dir. Wenn man leicht mit der Maus über die Stelle fährt, blendet ein Vers ein, aber er ist noch nicht ganz scharf. Wenn man aber den Vers gelesen hat, man prüft sich ja Vers für Vers. Klicken. Dann ist er da fest. Und so kann man das weitermachen. Und so weiter. Man kann das auch wieder zublenden. Das ist sehr hilfreich. So ist man auch nicht mehr an andere gebunden, die zeitlich eingeschränkt sind. Und das Programm gibt es auch für das Handy. Nur leider beim Handy ist man nicht so frei wie auf dem PC. Auf dem Handy kann man beispielsweise jetzt, wenn wir eine größere Sura hier nehmen. Er wird eine Frage, eine neue Frage generieren. Und wie man sehen kann, ist er jetzt nicht am Anfang der Seite. Nun, ich möchte aber vielleicht vom Anfang beginnen. Dann kann ich noch mal eine neue Frage generieren oder einfach zurückblättern, bis ich dort ankomme. Beim Handy kann man das nicht machen. Da muss man neue Fragen generieren. Man kann nicht einfach zurückblättern. Das ist natürlich nicht so gut. Daher ist der PC hier besser. Ein Hinweis zum Programm. Aus irgendwelchen Gründen gibt es bei der Installation des Programmes Probleme. Besonders bei den neueren Systemen, Windows 10 und so. Um das Problem zu beheben bei der Installation, muss man einfach das Datum des PCs zurücksetzen auf das Datum der Installationsdatei. Ist angegeben, neben der Datei oder bei den Dateiinformationen. Man setzt einfach das Datum des PCs auf das Datum der Installationsdatei, unterbricht die Internetverbindung, installiert das und dann kann man das wieder zurücksetzen. Alles normal und das Programm läuft. ... Vielen Dank.